Seit Jahren ist die Schmaus GmbH ein anerkannter Vorreiter bei der Integration von gehörlosen Mitarbeitern in den täglichen Arbeitsprozess. Zusammen mit der Technischen Universität München und der FZIM GmbH aus Fürstenfeldbruck hat sie ein innovatives Verfahren zur Kommissionierung mithilfe einer Datenbrille entwickelt. Der technische Vorteil dieses Systems ist, dass wir mobil die Mitarbeiter Informationen bereitstellen können und er freihändig, weithändig arbeiten kann. Dies ermöglicht gehörlosen Menschen ein barrierefreies Arbeiten in der Lagerwirtschaft. Neben einer beleglosen Kommissionierung hilft das System bei der uneingeschränkten Bewältigung aller Aufgabenbereiche. Die Vorteile des Systems liegen darin, dass man weniger Fehler bei der Arbeit machen kann und dass die Arbeit schneller von der Hand geht, weil ich immer die Informationen, die ich jetzt gerade brauche, auf meiner Datenbrille sehe. Ohne Datenbrille hatte ich am Arbeitsplatz immer meine Probleme. Doch jetzt kann ich ohne Papier arbeiten. Es ist zeitsparender. Es ist ein Kommunikationsausgleich mit meinen Kollegen. Work by Inclusion ist für lernende Jugendliche, Männer und Frauen gleichermaßen geeignet. Die problemlose Anwendung im Arbeitsalltag führt zu einer Gleichstellung aller Mitarbeiter, da das System in gleicher Weise von Hörenden und Nichthörenden genutzt werden kann. Für unser Projekt ist natürlich der Vorteil die Inklusion hörbehinderter Mitarbeiter. Das heißt, Hörenden und Nichthörenden und Nichthörenden bekommen dieselbe Information. Die Datenbrille verbindet sozusagen Hörenden und Nichthörenden. Dank der kommunikativen Schnittstelle zwischen Leitstand und Gehörlosem können über die Datenbrille auch Alarm- und Notfallmeldungen, beispielsweise im Brandfall, ausgegeben werden. Dies erhöht die Sicherheit im laufenden Arbeitsbetrieb. Das Potenzial ist grenzenlos, da die Brille in fast allen Branchen eingesetzt werden kann. Man könnte beispielsweise in der Medizin, in der Chirurgie die Brille einsetzen. Gleichzeitig kann die natürlich auch für Montageprozesse und für andere Prozesse, also nicht nur für Lagerprozesse, verwendet werden. Ich denke, dass die Datenbrille in zehn Jahren so gängig ist wie heute eine normale Brille. Entdecken auch Sie die Möglichkeiten der innovativen Datenbrille und geben Sie Gehörlosen eine Chance, sich ins Arbeitsleben zu integrieren. Es lohnt sich!